Moinsen, ihr Liquid-Fetischisten der Premium-Klasse. Ich würde sagen, hier geht es um Deiner Lady und bis gleich. So Freunde, wie ihr gesehen habt, geht es heute um Deiner Lady, ein spritziger und leckerer Zitronenquark aus Schaumgebäck, gekrönt mit einem dünnen Teigmantel. Sehr geile Verpackung, muss ich sagen, hier von Deiner Lady, Premium-Quality, 30ml haben wir hier, natürlich im Gläschen mit Pipette oben drin, das Ganze natürlich 1995, Standard-Premium. Heute muss ich was annahmen, heute habe ich mal meinen Limitless ausgepackt, den habe ich einfach als Tröpfler umfunktioniert, deswegen ist ohne keine Watte drin und kein Liquid. Und das Ganze auf einer Stegatron klebt, ja auf einer Stegatron, vom Danny gewickelt und jeder weiß, wie geil Stegatron, also jeder der, wo eine Stegatron schon mal gedampft hat, weiß, dass Stegatrons belügt sind. Das ist ja das Symbol von Twisted Masses eigentlich, gehe ich mal davon aus, dass das auch eine Stegatron abbilden soll und ich würde sagen, wir testen einfach mal eine Runde. Wahnsinn, ganz ehrlich, hier hast du wirklich spritzigen, leckeren Zitronenquark, so wie es auch beschrieben wird. Es schmeckt wirklich so richtig süß nach, so eine richtig süße Zitrone, so richtig eigenartig. Und macht brutal süchtig, ganz ehrlich, also hier ist endlich mal wieder was, ich habe es in ein, zwei anderen Wicklungen auch schon ausprobiert, da ist es nicht zu 100% rübergekommen, es ist sehr lecker rübergekommen. Aber hier wirklich mit dieser Stegatron kommt es natürlich noch mal um einen Touch mehr rum. Deswegen hier auch nochmal, wer richtig geile Coils kaufen will oder gewickelt haben möchte von sämtlichen verrückten Sachen, was es da gibt, schreibt er mich an oder schreibt den Danny an, der wickelt euch solche Coils. Und ja, da gibt es nicht großartig viel zu sagen, also es schmeckt wirklich so, wie es beschrieben ist. Ganz, ganz geiler Zitronengeschmack, oder Zitronenquarkgeschmack besser gesagt, mit diesem Schaummantel, wie er beschrieben ist und top, ganz ehrlich, ganz, ganz tolle Zitrone, süße, runde Premium Zitrone, so wie man es halt wirklich kennt. Nur, ich würde es vielleicht sogar sagen, nochmal einen Ticken geiler, ich habe schon einige andere Zitronenliquids auch schon gedampft, aber das hier toppt jetzt gerade wirklich alles. Es ist richtig, richtig lecker. Also ich kann es empfehlen, natürlich kostet das Tröpfchen halt 20 Euro, das ist natürlich wieder so, das kauft man sich dann mal und tröpfelt es dann wirklich zwischendurch einfach nur mal. Aber das ist immer das Problem, da hat man es zu Hause stehen, da muss man sich echt zusammenreißen, dass man die Pulli hier nicht leerdampft. Also das ist schon, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, egal, in dem Sinne, Freunde, das war es schon mit deiner Lady, warum soll ich das hier alles unnötig in die Länge ziehen? Es schmeckt so geil, wie es beschrieben ist. In dem Sinne, ich bin raus. Stay true and join the website of life, Freunde. Und da, ich bin raus.